Willkommen zurück Leute, gut dann würde ich mal sagen, stürzen wir uns in den Endkampf, also was ist Endkampf, Endkampf ist eigentlich für mich eher der letzte Kampf im Spiel, aber egal, von oben habt ihr eine bessere Übersicht, okay, was du meinst, ich hoffe ich schaffe das erste Mal, äh, ansprechen Die Schatten sollten bald hier sein, Zeit auf das Schlimmste gefascht, wenn nicht Pech gehabt, Dankeschön, what the hell, ja, scheiße, das ist der zweite Boss, und gleich wieder epische Kampfmusik, mal schauen wir, den, Ich habe eine Analyse, sprich ich weiß nicht wann der Tod ist, wann gibt es denn die Analyse eigentlich, das würde mich mal interessieren, der King of Maltz 2 ist es, oh, das hat reingehauen, ähm, besser, weil die kriegt man glaube ich, wenn man was Bestimmtes gemacht hat, also, ab einem bestimmten Abschnitt im Spiel, dann bekommt man dort die Analyse, Aber ich habe das Gefühl, das Feuer ist gar nicht mal so schlecht, in dem Spiel, weil wir können von der Ferne her angreifen, und ziehen wir es ab, da, da ist jeder betäubt, und dann können wir auch angreifen, das ist eigentlich richtig gut. das fällt mir BAMS RAMS und nochmal oh oh scheiße jetzt haben wir keine MP mehr das ist blöd Aua kommst du her Feuer RAMS komm her oh 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 komm her ich hab Angst vor seinen Füßen Aua genau deswegen ach der holt sich brennende Focke Aua was soll denn der Scheiß jetzt ist er wieder betäubt rauf auf ihn Yes sehr schön ging ja ganz gut sehr schön jetzt Moment mal ach dachte schon bis er denn noch in die Phase kommt das wäre nicht so schön gewesen dafür hätte ich keinen Bock gehabt geht doch Flammenwoll ich glaube es ist irgendwie Schmuck oder sowas so ein Lärm wie soll ein Türken auf der Schlaf finden was war das habt ihr es gehört als ob etwas geschlossen wurde huch diese Gummistein ist nicht wie die anderen okay ich werde ihn nehmen Navigumini erhalten oh es bewegt dir das gleich nochmal hast gezeichnet du bist ein Held aber du brauchst noch etwas anderes was ich werde nichts sagen aber euch etwas geben die Kraft das ist die Magie Eiser lernt was er alles sucht sie ist nicht hier sie ist verschwunden verschwunden mit dem Schatten mit der Dunkelheit nein zurück zum Gummijet wir werden in anderen Welten auch hier suchen wir müssen zu einem Speicherpunkt um zum Schiff zurückzukehren ok ok ich bin die ganze Suche für die Katze oh da ist ein Speicherpunkt da machen wir mal so ein Speichern zack gespeichert zurück und zum Gummijet ja ich würde gerne einsteigen ok wir können jetzt da weitermachen drei Sterne oder da ich hasse diese Gummi Dinger wir müssen jetzt da hin nochmal fliegen und dann da hin fliegen aber ich werde jetzt gerne mal die Sterne einfach weitermachen das ist echt das blöde an dem 1er man muss jede Gummiroute immer machen also das haben sie beim 2er richtig gut gemacht da kannst du wirklich tierisch zu der Welt fliegen du musst einmal die Route machen damit du sie freispielen kannst aber dann brauchst du sie nicht mehr machen also du hast natürlich Lust aber wer hat das schon das kann mal es hilft es ist fixieren und aaaah seht ihr leute ich habe auch mal wieder etwas neues rausgefunden Aua! Rämms, 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 rämms! Irgendwann werden sie schon in die Mitte reinfliegen. Äh, war's das? Ne, vorher klar. Huch! Aua! Ich bin angefühlt auf mein Obstgefühl. Naja! Geht's weg hier! Was bist du da? Was bist du da? Was bist du da? Wow! Schutt, schutt, schutt! Aua! Schutt, schutt! Das tat weh. Aber Treffen tue ich so gut wie gar nichts, weil irgendwie... Was ist das? Äh... Ah, okay. Da sind wir ja schon bei Traverse Town. Aber wir wollen ja nicht landen. Weltkarte. Sprich, wir müssen noch eins weiter. Da, ey. Der mit die zwei Sterne. Ich bin mir nicht mehr so sicher, was das für eine Welt war. Auf jeden Fall fliegen wir mal die Route entlang. Juhu! Ich liebe Gummischiffreisen. Röms, 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 röms. Ah, am liebsten würde ich mit so einer fetten Bombe jetzt einfach mal Röms hereinballern. Oh! Aaron, okay. Mal schauen. Vielleicht mach ich mal irgendwo mal ein Gummischiff. Vielleicht auch nicht. Das weiß ich jetzt noch nicht, weil... Ich bastel eh nur irgendwie da was sind, da was sind, da was sind, da was sind. Hauptsache die Waffen am Platz und fertig. Und ich hab noch nie die... so richtig... selber gebastelt. Oh. ...hier. Aber ich hab noch nie... Äh. Ich komm wieder auf uns zu. Kann man da nix bringen. Es dauert eine Bittellänge. Ja, juhu! Ähh. Ähhh... Ähh, Leute, Leute, ähh! Super! S-H-I-I-I-I-I... Sch-eis Gummireisen da! N-e-e-e-e... Eeeh! Remz! 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 Ich riesige Reisnasse! Kling, 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 kling! Rams, 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 Rams Oh, wieder ein Spezial Denke ich nochmal, genau Weiß man nicht was das sind Spezial, aber Wie gesagt, Gumbi-Chat war noch nie mehr die Stärke Oh, das wäre... Ah, okay, die Welt ist es Die Welt London Arena des Olymp Die Arena des Olymp Däh 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 Okay, Leute Diese Arena werden wir in den nächsten Part erkunden Ich danke fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal wieder Ciao Ciao